Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zu 5 Trainern für den FC St. Pauli. Denn dort ist ja Timo Schulz nicht mehr Chefcoach. Gestern hat man die Trennung bekannt gegeben, auch sein Co-Trainer Fabé muss ja nun gehen und wurde von seinen Aufgaben entbunden. Vorübergehend leitet der weitere Co-Trainer Fabian Hürzeler das Training. Ein neuer Trainer soll aber natürlich auch zeitnah bekannt gegeben werden. Aktuell steht man in der 2. Bundesliga auf dem 15. Tabellenplatz, hat es ja in der vergangenen Saison nicht geschafft, die starke Hinunterne zu bestätigen, wodurch man in der Rückrunde peu a peu abgerutscht ist, nicht aufsteigen konnte und generell in diesem Jahr 2022 die Bilanz eines Absteigers hat. Trotzdem sind einige Fans nicht wirklich zufrieden damit, dass man sich von Timo Schulz getrennt hat. Denn natürlich ist es ein Coach, der St. Pauli gelebt hat wie kaum ein anderer und dem man vielleicht etwas mehr hätte vertrauen können als anderen Trainern. Klar ist aber natürlich auch, die Leistungskurve ging nach unten. Trotzdem darf man hier auch die Verantwortlichen wie Präsident Öke Göttlich oder auch den Sportchef Andreas Bornemann nicht rausnehmen, die es eben nicht geschafft haben, Leistungsträger wirklich gut ersetzen zu können. Trotzdem ist Timo Schulz jetzt weg. Für mich ist der Zeitpunkt ein Ticken überraschend. Man hätte es ja theoretisch auch schon vor 2-3 Wochen machen können. Aber ich habe jetzt mal 5 neue Trainer für St. Pauli gefunden. Legen wir los mit Michael Wimmer, der ein Kandidat sein soll. So hört man auf jeden Fall nach Transfermarkt-Informationen. Auch andere Medien haben dies bereits bestätigt. Und da könnte es eben dann doch zusammenpassen, warum man eben mit der Entlassung von Timo Schulz noch ein bisschen gewartet hat. Denn Michael Wimmer ist ja erst seit dem 5.12. offiziell verfügbar. Aber zuvor war er Interimstrainer beim VfB Stuttgart. Davor hatte er Stationen beim VfB, sowie vom FC Augsburg als Co-Trainer. Bei Nürnberg war er in der Jugend in verschiedenen Stationen als Chefcoach tätig. Michael Wimmer hat ja auch den VfB Stuttgart verlassen, weil er eben jetzt den Schritt zum Cheftrainer endgültig machen möchte. St. Pauli sucht natürlich jetzt nach einem neuen Trainer. Und mit Wimmer könnte man dort auf jeden Fall jemanden direkt für sich finden. Er ist vereinslos, sprich ablösefrei zu haben. Man muss kein Geld für ihn bezahlen. Und würde den Weg nach Timo Schulz eben weitergehen mit einem eher jüngeren Coach, der vielleicht auch eher noch die Sprache der Spieler spricht. Und ich glaube, das ist auch der favorisierte Weg. Natürlich steht man auf Platz 15, ist im Abstiegskampf. Aber das Teil bei Mittelfeld ist eben auch nicht weit weg, weil die zweite Bundesliga so unglaublich eng ist. Deswegen würde ich jetzt hier auch keinen klassischen Feuerwehrmann verpflichten. Michael Wimmer ist sicherlich eine interessante Personalie. Klar ist aber auch, er hat relativ wenig Erfahrung als Trainer. Natürlich in der Jugend, als Co-Trainer im Profibereich. Aber viel mehr dann halt auch nicht. Es wäre ein gewisses Risiko. Auch wenn er beim VfB in den wenigen Spielen, die er geleitet hat, wirklich auch gute Ergebnisse erzielen konnte. Zweiter Kandidat ist hier in meiner Rangfolge Dimitrios Gramozis, der bislang auch noch von keinem Medium genannt wurde. Der ehemalige Schalke-Trainer ist auch verfügbar. Sein Vertrag auf Schalke läuft zwar noch, wie man hört, bis zum Sommer 2023. Aber sicherlich wäre der S04 froh, ihn von der Gehaltsliste zu bekommen. Sprich, ich glaube, wenn St. Pauli ihn haben wollen würde, müsste man keine Ablösesumme bezahlen. Der 44-Jährige hat ja zuvor schon Darmstadt 98 in der zweiten Bundesliga trainiert. Sprich, er kennt eben auch diese zweite Liga. Und zuvor beim VfL Bochum als Jugendtrainer tätig gewesen. Und das bedeutet wiederum, er kann mit jungen Spielern meiner Meinung nach ein wirklich auch wichtiges Kriterium bei der Trainersuche für St. Pauli. Natürlich wurde auch er während seiner Schalke-Zeit immer wieder kritisiert. Aber meiner Meinung nach darf man ihn nicht vergessen, dass er Schalke in einem desaströsen Zustand übernommen hat. Es eben auch geschafft hat, diese Mannschaft in der zweiten Bundesliga zumindest mal zu stabilisieren. Und Richtung Aufstiegsrennen zu führen und on top auch immer wieder junge Spieler aus Schalkesjugend mit einarbeiten konnte. Wenn er genau so einen Weg bei St. Pauli gehen kann, dann ist er für mich auf jeden Fall ein Kandidat, über den man sprechen sollte. Um dieses ganze Ding zu eben auch stabilisieren. Um dann eben auch mittelfristig wieder Schritt für Schritt einen Schritt voranzugehen. Denn der Präsident Öko Göttlich hat ja auch schon erklärt, dass man eben auch finanziell große Probleme hat durch die Corona-Pandemie, durch die explodierenden Energiekosten. Und deswegen hat man eben das klare Ziel, bloß nicht abzusteigen und eben dann den Supergoat zu erleben. Und dafür ist Dimitros Gramozis sicherlich ein guter Kandidat, um das Schiff erstmal wieder sicher in den Hamburger Hafen zu bringen. Spannende Personalie für mich ist hier auf jeden Fall auch Fabian Boll. Auch der wurde bislang noch nicht ins Spiel gebracht, zumindest nicht von Medien. Einige Fans haben die Personalie schon mal angesprochen. Da habe ich mir gedacht, ja, über ihn kann man hier auf jeden Fall mal reden. Denn der ehemalige Spieler von St. Pauli ist verfügbar, hat jetzt auch in Liga 2 bei Holstein Kiel, vor allem unter Ole Werner, reichlich Erfahrung als Co-Trainer gesammelt. Und ist natürlich St. Pauli durch und durch. Darüber müssen wir uns sicherlich auch nicht unterhalten. Zuvor war er schon als Trainer beim SC Victoria und SC Condor tätig. Sprich, war sich auch nicht zu schade und das als ehemaliger Profi einfach mal, ja, im kleineren Ligen zu beginnen, sich Schritt für Schritt als Trainer zu entwickeln. Auch bei St. Pauli 2 war er schon mal als Interimstrainer tätig. Problem bei ihm ist die Lizenz, denn er hat, wie man hört, aktuell nur die A-Lizenz. Sprich, müsste auf jeden Fall den Fußballlehrer noch machen. Aber auch hier gibt es natürlich Mittel und Wege, ihm dann einen Co-Trainer zur Seite zu stellen oder einen Teammanager, wie auch immer. Aber, wie es mal jetzt Gebirge Aue ja vorher auch der Fall war, um ihn eben erstmal dann in die Rolle des Cheftrainers führen zu können. Und ich denke mal, er wäre auf jeden Fall ein Kandidat, um diesen eingeschlagenen Weg mit Timo Schulz, mit Vertrauen eben auch in ehemalige Kräfte, ja, weiterzugehen. Aber natürlich auch einen Trainer jetzt zu haben, der vielleicht nochmal Dinge anders macht, wodurch man eben auch vorankommt. Trotzdem ist Fabian Boll für mich ein Außenseiter, aber sicherlich jemand, über den man, vor allem auch wenn man romantisch veranlagt ist, hier mal sprechen wird. Kommen wir zurück zu einem Kandidaten, der in den Medien schon gespielt wurde und nahezu bei jedem Verein auftaucht, in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga oder auch im europäischen Ausland, wo ein neuer Trainer gesucht wird. Und das ist Florian Kohfeldt. Er gehört wohl ebenso wie Michael Wimmer zum Kandidatenkreis für die Schulz-Nachfolge und ist natürlich jemand, der sich als Trainer im Norden gut auskennt. Beim VfL Wolfsburg war er ja in der Rückrunde Trainer, hat die Mannschaft zumindest mal vom Abstieg bewahrt, viel mehr aber halt auch nicht. Deswegen hat man sich ja im Sommer getrennt. Bei Werder Bremen hat er zu Beginn seiner Trainerlaufbahn extremen Erfolg gehabt, aber es ging ihm auch dann in die andere Extremen, in den Misserfolg, in den Abstieg. Natürlich hat er den jetzt nicht offiziell zu verantworten, weil er einen Spieltag vor Schluss entlassen wurde, aber natürlich ist auch er ein großes Sinnbild des Bremer Untergangs vor zwei Jahren. Zuvor hat er sich ja auch peu à peu bei Werder Bremen eben dann zum Cheftrainer entwickelt. Er ist für mich ein Trainer, der teilweise zu hoch gelobt wurde, aber der sicherlich auch weitere Chancen verdient hat. Trotzdem ist hier für mich die Frage, ob da St. Pauli die richtige Adresse ist. Denn Florian Kohfeldt hat eben keine Erfahrung in der 2. Bundesliga, hat vielleicht auch einen hohen Anspruch, weiterhin 1. Liga zu trainieren, wodurch es da zu Unstimmigkeiten kommen könnte. Und er wird halt wirklich bei jedem Klub genannt. Deswegen ist halt die Frage, ob das vielleicht so ein bisschen von Beratern gestreut wird oder aber tatsächlich zum Kandidatenkreis gehört, ist aber sicherlich ein Name, über den man hier mal sprechen sollte. Interessant finde ich auch die Personalie Thomas Stamm. Gestern wurden nämlich auch noch Horst Steffen von Elversberg ins Spiel gebracht. Glaube ich persönlich nicht dran, dass Elversberg den Erfolgscoach ziehen lässt. Und eben auch Thomas Stamm vom SC Freiburg 2. Diesen Namen hat mal das Hamburger Abendblatt ins Spiel gebracht. Thomas Stamm ist 39 Jahre alt, aus der Schweiz und trainiert die 2. Mannschaft des SC Freiburgs. Er hat diese übernommen, nachdem im letzten Jahr der Trainer zu Fortuna Düsseldorf gewechselt ist mit Preußer. Und er hat eben dann diese Trübe übernommen, die es geschafft hat, von der Regionalliga in Liga 3 aufzusteigen. Er hat dort eine tolle erste Saison gespielt. Auch jetzt spielt man wieder eine souveräne Spielzeit. Und vor allen Dingen hat er es ja immer wieder auch geschafft, unglaublich viele Spieler für Christian Streich und Freiburgs erste Mannschaft zur Verfügung zu stellen. oder eben auch für andere Mannschaften in der 2. und 3. Liga. Deswegen kann man auf jeden Fall eine Sache schon mal sagen. Thomas Stamm ist ein Trainer, der junge Spieler entwickeln kann. Der junge Spieler bereit macht für den Profifußball. Und da ist halt dann die Frage, ist er auch ein Trainer, der eine komplette Mannschaft bereit machen kann für den Profifußball in einer 1. oder 2. Liga? Wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, ist er für mich auf jeden Fall ein unglaublich interessanter Kandidat. Im Sommer wurde er sogar schon mal mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Eben dann sogar für die Bundesliga. Und ich glaube, die 2. Liga wäre für seine Trainerentwicklung der nächste logische Schritt. Mit ihm könnte man eben dann auch einerseits im Abstiegskampf bestehen, weil ich glaube schon, dass er auch vor allem fußballerisch Lösungen finden wird, die diesem Kader sehr gut tun würden. Und man würde es eben auch schaffen, nochmal mehr eigene Spieler zu entwickeln, weil genau darauf eben auch Thomas Stamm einigen Wert eben legt. Und deswegen für mich von diesen 5 Kandidaten mit. Die spannendste. Kommen wir zum Fazit unserer Trainersuche für den FC St. Pauli. Ich habe ganz bewusst mir eher 5 jüngere Trainer rausgesucht, weil ich glaube, dass diese auch einfach am besten zu St. Pauli passen. Natürlich gibt es mit Elversbecks Coach Horst Steffen jemanden, der in Liga 3 für Furore sorgt. Es gibt mit Uwe Neuhaus jemanden, der unglaublich erfahren ist. Auch das sind sicherlich Namen, über die man sprechen kann. Aber vor allen Dingen Wimmer und Kohfeldt wurden direkt von den Medien ins Spiel gebracht. Ich glaube auch, dass Michael Wimmer ernsthaft ein Kandidat sein kann. Thomas Stamm finde ich mit am interessantesten und vielleicht sogar mit am passendsten. Aber auch die Ideen mit Gramozis und Boll finde ich gar nicht mal so verkehrt. Und jetzt interessiert mich eure Meinung dazu. Welchen meiner 5 Vorschläge passt am besten zu St. Pauli? Welchen Trainer gibt es noch, den ich hier nicht beachtet habe, der perfekt passen kann? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!